Hallo Klasse 7c, nachdem mir Frau Humrich berichtet hat, dass ihr das Gefühl hattet, Geschichte und Erdkunde war ein bisschen viel, habe ich dann letzte Woche mal vorsichtshalber keine Aufgaben eingestellt. Ich hoffe, das war für euch so okay und ihr wart dann letzte Woche nicht so belastet mit den zwei Nebenfächern. Zunächst möchte ich aber euch noch das Ergebnis dieses Padlets zeigen. Da haben zwar nur wenige was eingestellt, die haben aber dafür ganz coole Sachen reingesetzt. Und zwar sind das hier jetzt auch nicht gegoogelte Fotos wie von mir, sondern das sind wohl Fotos aus Privatbesitz. Hier hat die Linde aber mal, das ist ein Bild von Trier, ich glaube das ist möglicherweise aus dem Internet, da steht 5-4. Aber hier ist was cooles von der Lilly und zwar ist das hier oberbillig bei Oberwasser, bei Hochwasser. Und ihr erkennt hier, hier in dem vorderen Bereich, da ist tatsächlich der Fluss so weit über die Ufer getreten, dass die Häuser zum Teil wirklich ganz tief im Wasser stehen. Das ist natürlich gruselig. Hier haben wir jetzt nochmal eine Hochwassermauer, die hochgezogen wird, eine sogenannte Spundwand. Und hier sehen wir auch oberbillig jetzt hier mit dieser Hochwassermauer, was eine ziemlich gute Sache ist. Hier ist jetzt ein Bild von Lucy, das war ein Feuerwehreinsatz, Hochwasser in Pluvik. Und hier unten hat der Julian noch was gepostet aus, da war wohl ein Starkregenereignis in Liersberg. Ich gucke mal, ob ich da hochscrollen kann, genau. Hier kommt das Wasser auch gelaufen, ihr seht mit welchem Druck das Wasser da runtergeschossen kommt. Und das ist wirklich ganz fürchterlich, wenn ihr das Wasser dann in den Keller bekommt. Die Lina Marie hat hier aus dem Feuerwehrarchiv coole Fotos gepostet. Da seht ihr, wie hier in Wasser liegt, glaube ich genau, die Feuerwehr mit dem Schlauchboot unterwegs ist. Hier ist die Feuerwehr gerade dabei, die neuen Hochwasserschutztore zu schließen. Und da hat die Lina Marie noch ganz viele Fotos gepostet. Das hier ist aus Zell. Und da seht ihr, huch, da ist sogar ein Video, da drückt sich das Wasser nämlich auch schon leichter durch. Also, nochmals vielen Dank an die vielen, vielen tollen Fotos hier in erster Linie von Linda, Julian, Lilly und Lina Marie. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr euch so viel Mühe gemacht habt. Ich fand, das war ein ganz toller Einblick und ich denke, man sieht, wie wichtig Hochwasserschutz in den angrenzenden Ortschaften ist. Ja, und Hochwasserschutz ist auch unser Thema. Ihr habt ja vor ein paar Wochen hier euch ansehen können, wie man die klassischen Flusstäler und Auen, das heißt die Überflutungsgebiete, bezwungen hat und den Fluss in einen künstlichen Kanal verwandelt hat. Ihr habt ja hier auch dieses Bild beschrieben, wie früher hier der Rhein geflossen ist und in welchen Kanal oder in welches Flussbett man ihn verlegt hat. Heute versucht man, die Sünden der Vergangenheit rückgängig zu machen. Öffnet bitte euer Buch auf Seite 38, 39. Wir sehen hier bei Bild M1 den Aufbau einer sogenannten mobilen Spundwand. Überall an den Flussöfern sind schon diese Stahlbolzen hier, beziehungsweise diese Stahlträger montiert. Manche kann man auch nachmontieren und zwischen diese Stahlträger werden dann diese mobilen, beziehungsweise die stabilen Beton- oder Stahlelemente eingeschoben. Da kommt zwar manchmal ein bisschen Wasser durch, aber im Großen und Ganzen halten die relativ dicht und somit dann das Wasser aus den Ortschaften und Städten zurück. Hier sieht man an der Seite nochmal, wie sowas aufgebaut ist, so ein grundsätzlicher Hochwasserschutz. Man hat also hier sowas wie ein Deich geschaffen und diese Verankerung hier ist wesentlich tiefer, sodass diese Spundwände dann auch diesem großen Wasserdruck standhalten können. Ein anderer Hochwasserschutz besteht darin, dass man der Natur beziehungsweise dem Fluss wieder Platz gibt, um sich auszubreiten. Wir haben zum Beispiel hier ein Überflutungsgebiet hier. Das ist der alte Deich, der hier gebaut wurde und man hat den Fluss dann hier reingezwängt. Aber das hier waren eigentlich früher alles Überschwemmungsgebiete. Und nun hat man hier einen Einlass geschaffen und bei Hochwasser kann dieses ganze Gebiet hier kontrolliert geflutet werden. Ihr seht, hier ist ein zusätzlicher Deich geschaffen worden. Das heißt, die Siedlung ist davon nicht betroffen. Trotzdem hat der Fluss bei Hochwasser die Möglichkeit, sich hier auszubreiten. Eine ganz andere Möglichkeit ist, dass man hier alte Altarme, also Nebenarme, wiederherstellt und auch da dem Fluss die Möglichkeit gibt, sich wieder auszubreiten und bei Hochwasser dieses Gebiet als Überschwemmungsgebiet zu nutzen. Das sorgt dann auch dafür, dass der Pegel, das heißt der Wasserstand im Fluss, nicht so sehr steigt. Für die Natur hat das Ganze nochmal einen zusätzlichen Effekt, weil in diesen Feuchtgebieten hier, die dadurch entstehen, haben wieder viele Tier- und Pflanzenarten die Möglichkeit, einen Lebensraum zu finden, weil die ganzen Neben- und Seitenarme wurden trockengelegt und so wurde es dann für Pflanzen und Lebewesen schwierig, die grundsätzlich ein feuchtes Gebiet brauchen. Kommen wir nun zu den Hausaufgaben. Ihr müsst euch natürlich hier die ganze Doppelseite durchlesen und in Aufgabe 1 lautet die Frage, gibt wieder, wie Hitzacker sich vor Hochwassern schützt. Über Hitzacker gibt es hier einen kleinen Text. Das ist eine Ortschaft, die auch mittlerweile eine Schutzwand aufgebaut hat und da wird auch berichtet, was da früher passiert ist. Aufgabe 3 Finde heraus, was ein Polder ist. Wenn ihr euch oben hier das Bild M3 anseht, dann fällt euch das auf, auch wenn wir den Begriff eben nicht benutzt haben. Aufgabe B Erläutere, welche Veränderungen beim Bau eines Polders an Deichen vorgenommen werden müssen. Auch da hilft ein Blick und ich habe eben eigentlich schon erklärt, was da zu tun ist, beziehungsweise wie sie funktionieren. In Aufgabe 4 sollt ihr herausarbeiten, welche Hoffnung mit der Renaturierung von Flussgebieten verbunden ist. Ich habe das eben eigentlich schon erklärt, welche Vorteile das Ganze hat. Es ging da nämlich nicht nur um den Hochwasserschutz, sondern auch um Vorteile für die Natur. Und aufgefangen wird das Ganze bis zum Meer gut倍furchschule geben. Untertitelung des ZDF, 2020